willkommen zurück zu einer neuen folge von der xxl farm hier im landwirtschaftssimulator 19 heute geht es weiter heute werden wir weiter gärreste ausbringen und später dann vermutlich gülle weil unsere gärreste ja wohl nicht reichen werden trotzdem hat sich seit der letzten folge wieder einiges getan und was sich so alles getan hat das werde ich euch gleich erklären wir starten erstmal hier unseren fendt und werden den auf den weg schicken denn nie war die zeit so knapp wie aktuell auf der xxl farm es ist wirklich der wahnsinn uns rennt die zeit davon deswegen muss der zubringer ist auf jeden fall wieder hier auf die strecke gebracht werden und der fährt auch erstmal tanken das ist auch dringend notwendig gut dann werden wir uns mal kurz auf den weg machen und werden einmal schnell auf feld 9 wechseln um einmal kurz zu gucken wie es hier läuft und ihr seht es läuft noch ich muss ehrlich sagen es ist mir in der letzten folge schon aufgefallen im schnitt dann auch noch mal aufgefallen richtig bewusst ist es mir allerdings erst geworden durch eure kommentare wir haben eine aktion hier gestartet die besondere ausmaße hat so kann man es glaube ich sagen denn wenn wir jetzt mal kurz auf kurs black gucken sehen wir diese mission hier die dauert laut der kurs play berechnung das kann man mehr mal weniger sein aber sie dauert laut der kurs play berechnung aktuell knapp zehn stunden und zwar echtzeit zehn stunden so wenn er mich jetzt fragt ob ich lustig finde muss ich sagen ja ich bin so ein bisschen lustig aber das war mir am anfang glaube ich nicht so klar hat man aber wie gesagt in der letzten folge schon sehen können also da waren es glaube ich elf stunden und ein paar zerquetschte seitdem ist natürlich viel passiert jetzt ist der drescher hier unterwegs und beim anderen drescher sieht es glaube ich nicht viel besser aus also da sind es ja fünf stunden aber auch das ist eine gute zeit also knapp sechs stunden sogar jetzt habe ich kurz mit dem gedanken gespielt die mission wieder abzubrechen oder zumindest eine mission abzubrechen aber wenn wir uns das mal kurz angucken sehen wir die sind beide bei 17 prozent das allein ist jetzt noch nicht so aussagekräftig weil der fortschritt am anfang immer ein bisschen schneller geht am als am ende aber ihr seht es hier es wäre blöd jetzt abzubrechen es ist schon zu viel passiert ist schon zu viel geschafft hier auffällt 1 vielleicht noch nicht aber auffällt 9 da ist schon viel geerntet worden insofern lassen wir es einfach weiter laufen und gucken dann später mal ob wir das noch irgendwie beschleunigen können und werden uns zum shop begeben wo wir eben gestartet sind und einmal kurz einen weiteren zubringer kaufen denn in der letzten folge habe ich ja festgestellt dass wir eigentlich zu wenig zubringer haben ich habe mir auch eure kommentare durchgelesen und ihr hattet gute ideen welche zubringer man so kaufen könnte also ich glaube viele von euch waren auch für lkw die hier eingesetzt werden könnten wir müssen hier auf jeden fall eine etwas krassere motor konfiguration nehmen wollte ich allerdings nicht machen warum kann ich euch vielleicht später noch erklären aber deswegen ist es dieser träger hier geworden der fan 900 tms vario in einer etwas stärkeren konfiguration weil sonst ich glaube ich nehme noch eine stärkere sonst kann nämlich den zubringer nicht ziehen oder das dauert dann zu lang wir können auch noch warnschilder dran machen und können dann hier noch diese lichterweiterung machen aber dann reicht es auch so das mieten wir uns und dann mieten wir uns noch einen zubringer den gleichen wie in der letzten folge da nehmen wir den easy so in der gleichen lackierung und auch den mieten wir uns kurz für 3700 euro das geld geht nur so raus hier und dann brauchen wir noch einen dolly und dann haben wir es auch so den haben wir hier starten wir mit breitreifen aus und dann abfahrt so huge seit der letzten folge habe ich hier recht viele kleinigkeiten gemacht ich habe zum beispiel das autodrive netz noch mal ein bisschen korrigiert zum einen um kollisionen zu vermeiden weil wir haben jetzt echt viele fahrer hier unterwegs also der fendt den wir gerade zu anfang zu beginn gesehen haben der ist unterwegs dann die zwei abfahrer und dann eben jetzt noch der weitere fendt hier da kann schon mal zu kollisionen kommen das wollte ich verhindern und ich habe auch noch mal die strecke etwas angepasst so dass die zubringer fahrten etwas kürzer sind ich hoffe das wirkt sich positiv aus ihr habt auch geschrieben anska nimm doch direkt 23 abfahrer er beziehungsweise 23 zubringer ist auch eine gute idee allerdings kann ich mir das schlicht nicht leisten das heißt ich hoffe jetzt einfach dass die situation mit den beiden zubringern die mess haben wesentlich besser wird und wir das damit schaffen werden so dann nehmen wir das mit und am liebsten würde ich ehrlich gesagt selbst gern mit dem tms hier fahren aber das wird wohl nicht möglich sein also erst mal zumindest noch nicht vielleicht später weil wir ja noch im saddle track unterwegs sein werden aber der ist verdammt cool also wenn wir uns das mal anschauen hier gibt es überall simple ic man kann hier auch vorne aufmachen kann hier oben auch auf machen das können wir vielleicht mal auflassen und hier hinten auch dann hat das einen coolen sound und so also es ist wirklich mega gefährt werden wir später sicherlich noch mal anschauen aber jetzt stellen wir erstmal den kurs ein und zwar so hier abholen und abliefern das ist der richtige kurs dann müssen wir einmal unser gerestelager auswählen und das soll gebracht werden zum feldrand container und es soll natürlich der reste transportiert werden gut dann kann auch der losfahren so und bevor wir uns jetzt in den saddle track setzen müssen wir noch ein paar kleinigkeiten machen zum einen müssen wir glaube ich mal schnell in der garage gucken denn ich glaube genau den hier wollte ich noch mal schnell reparieren das lohnt sich glaube ich den zu reparieren auch wenn es teuer ist aber das wird dann ein bisschen schneller gehen wenn ich es recht in erinnerung habe und ihr habt euch in den kommentaren zu recht erkundigt was eigentlich unser unimog macht den haben wir vor langer zeit mal gekauft und den haben wir auch noch ich hatte es selbst vergessen also danke für die erinnerung den schicken wir jetzt erstmal zum hof und dann lasse ich den glaube ich noch ein grober auftrag erledigen denn ich weiß nicht ob der sich so als abfahrer eignet das habe ich noch nicht ausprobiert das ist mir jetzt auch ein bisschen zu riskant wenn er dann hier alles auffällt und ich merke es zu spät deswegen lassen wir den jetzt erstmal zum hof fahren und werden den dann später mit einem grubber ausstatten wo haben wir den hier hof werkstatt kann er hinfahren so all right okay dann schauen wir einmal schnell wie es jetzt hier aussieht der autodrive fahrer ist schon auf dem weg der profi plus der scheint hier irgendwie noch mal eine kleine ehrenrunde gedreht zu haben ist jetzt allerdings auch auf dem weg bevor wir uns jetzt in den zettletrack setzen werden wir nochmal schnell eine sache kaufen und zwar ich habe es am anfang schon gesagt wir brauchen noch einen bezugspunkt ob der ist hier einen bezugspunkt für gülle so und dazu werden wir einen gülle import punkt bzw einen gülle import kurz platzieren das ist eine stelle an der man dann später gülle kaufen kann das können die autodrive fahrer dann automatisch anfahren und dann gülle kaufen und zum feldrand container bringen der reste habe ich weiß ich nicht ob es da auch optionen gibt sie irgendwie zu kaufen habe ich jedenfalls nicht gefunden gut dann platzieren wir das mal hier irgendwo dann ist relativ einfach das anzupassen mit dem kurs und dann sind jetzt sehr sehr viele fahrer unterwegs und es heißt warten und ich würde sagen ich switche hier schon mal in den zettletrack und dann warte ich mal kurz auf die zubringer und dann werde ich gleich wieder starten mit dem kurs Bis zum nächsten Mal. 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 Was kompliziert ist, ist hier immer den Ansatz zu finden. Das wird jetzt hier auch nochmal zum Problem, denn man sieht es, finde ich, relativ schlecht. Also man sieht recht schlecht, wo ich aufgehört habe, wo jetzt schon Gülle ausgebracht ist und wo eben noch nicht. Man kann sich da so ein bisschen an den Reifenspuren orientieren. Hier war es, glaube ich, ne? Yo, hier. Das heißt, man kann sich so ein bisschen an den Reifenspuren orientieren und auch an der Textur natürlich. Aber teilweise sieht man es nicht ganz so gut. Je nach Licht, ja, ist nicht ganz so gut. Aber trotzdem echt entspannt irgendwie so in den Abend rein zu, äh, rein zu arbeiten. So, und ich zeige euch, ah, ich mache es nochmal geradeaus, dann zeige ich euch nämlich mal ganz kurz, wie weit wir sind. Ihr seht es hier, auf Welt 11 habe ich jetzt, ja, mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Ich würde mal so sagen, ach, ja, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Also es ist noch gut, was zu tun, aber das Ende ist langsam in greifbarer Nähe. Dann, was ist hier? Achso, das sind noch unsere, ähm, Schneidwerkswagen. Und dann gucken wir mal kurz bei den Missionen. Und hier stehen zwar jetzt 39 beziehungsweise 28 Prozent und das sieht auch alles gut aus. Und man merkt, es gibt einen Fortschritt. Ich habe allerdings gerade mal kurz nachgeschaut. Und hier beim Drescher stehen immer noch 10 Stunden. Und ich kann es mir auch vorstellen, denn wenn wir mal gucken. Drama Grande, Drama Grande, das dauert noch Ewigkeiten. Also, ja, da müssen wir noch ein bisschen Zeit einplanen. Und das Schlimme ist, ich kann auch nicht vorspulen. Das heißt, ich werde vermutlich in der nächsten Folge so ein bisschen in der Dunkelheit arbeiten müssen. Ähm, weil ich glaube, wenn man vorspult, dann geht die Mission irgendwann weg. Habe ich so in Erinnerung. Ähm, wenn das nicht stimmt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber ich meine, das sei so. Insofern könnte das, äh, uns auf die Füße fallen. Äh, wenn ich, äh, jetzt vorspulen würde. Deswegen, das möchte ich ungern riskieren. Das heißt also, Nachtschicht für unsere Mitarbeiter. Müssen wir durch. Aber jetzt werden wir erstmal weiter ausbringen. Und das, auch das funktioniert hervorragend. Also, das ist richtig, richtig nett, das irgendwie zu machen. Macht richtig Spaß mit den Geräten. Ich habe die Ausbringmenge jetzt nochmal ein bisschen niedriger gemacht. Also, am Anfang hat man, glaube ich, auch im Zeitraffer gesehen, hatte ich die noch relativ hoch. Ihr habt nämlich in die Kommentare geschrieben, Ansgar, das ist auch in der Realität so, dass man eigentlich so, ja, teilweise nicht mal eine ganze Bahn ziehen kann. Also, dass man dann immer wieder nachtanken muss. Das war durchaus hilfreich, das zu wissen. Das wusste ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ähm, allerdings habe ich mich jetzt im Spiel dazu entschieden, doch die Ausbringmenge, ähm, auf ein vielleicht nicht ganz realistisches Niveau runterzustellen. Denn sonst müssen wir zu oft nachtanken. Und um die Arbeit geht es mir dabei, äh, gar nicht so sehr. Sondern vor allen Dingen ums Geld. Denn jede Lieferung, die wir gerade hier bekommen vom Zulieferer, äh, vom Zubringer, ähm, kostet 800 Euro. Also, die Gülle muss ich ja kaufen. Die habe ich nicht selbst. Die, äh, Gärreste gehörten mir. Da musste ich nichts kaufen. Aber die Gülle muss ich kaufen. Und jede Lieferung kostet 800 Euro. Und das ist einfach zu viel. Also, wenn ich da jetzt, ihr seht ja, wie das jetzt hier gerade wieder runter tackert. Wir haben Mietmaschinen. Wir haben, äh, Fahrerlöhne, die wir bezahlen müssen. Wir haben Gülle, die wir bezahlen müssen. Und ich muss ja auch noch ein paar andere Sachen bezahlen. Also, das ist einfach zu viel. Das schaffe ich sonst nicht. Da kommt Peter Zwiegert dann minütlich hier rein. Das wollen wir nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben ein bisschen kürzer zu treten. Und, ähm, ja, die Auspringmenge da niedriger einzustellen. Wird mir aber, denke ich, auch niemand von euch übel nehmen. Ich wollte nur nochmal sagen, ich habe eure Kommentare durchaus gelesen. Und habe mich auch darüber gefreut. Ich habe allerdings das Gefühl, es werden von Folge zu Folge mehr Kommentare. Das freut mich natürlich. Allerdings fällt es mir da immer schwerer, eure Kommentare dann auch tatsächlich komplett durchzulesen. Also, ich komme da kaum noch hinterher. Trotzdem, es freut mich, dass ihr alle so im XXL-Fieber seid. Ob es auch am Samstag eine Folge geben wird, das weiß ich aktuell noch nicht. Es wird auf jeden Fall einen Livestream geben. Und zwar um 20 oder 21 Uhr ungefähr. Auf Twitch, auf dem Twitch-Kanal. Also, Nordrende4Play heißt der ganz normal. Da werde ich dann live sein. Und dann können wir das ganze Spektakel dann mal live angucken. Und ihr könnt dann auch ein paar Fragen stellen. Oder ich kann auch ein paar Sachen machen, die ihr euch vielleicht wünscht. Ob es auch eine Folge gibt, das weiß ich aktuell noch nicht. Weil es jetzt so ein bisschen davon abhängt, wie viel dann noch vorzubereiten ist. Beziehungsweise, was so alles in der nächsten Folge zu tun ist. Ich würde mir allerdings Mühe geben. Und würde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Gülle-Aktion abschließen können. Dann können wir vielleicht auch den ein oder anderen Trecker anders einsetzen. Ja, und dann gucken wir mal bei der Erntemission, ob wir das noch irgendwie beschleunigt bekommen. Ist auf jeden Fall ein lustiger Plan da mit diesen 10 Stunden. Ja, ob das jemals abgeschlossen werden kann, wir wissen es noch nicht. Das müssen wir dann einfach mal schauen. Wie auch immer, das soll es soweit von dieser Folge gewesen sein. Mir hat es wieder unglaublichen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich habe noch so viel vor. Ich habe irgendwie, ich schaffe gar nicht all das, was ich mir so vorgenommen habe. Trotzdem sind die Folgen ziemlich cool aktuell, finde ich. Es macht mir einen unfassbaren Spaß. Und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr euch noch so wünscht, was euch aufgefallen ist. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder oder im Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.